Transport Fever Ich habe jetzt ein Darlehen von insgesamt 10 Millionen aufgenommen Also jetzt muss es einfach aufwärts gehen So, was habe ich gemacht? Wir haben ein paar Änderungen vorgenommen Zum Beispiel habe ich jetzt... Moment, das kann ich alles ein bisschen laufen Ne, ich lasse es noch nicht laufen Ich habe hier eine neue Zugstrecke angelegt Vom Steinbruch zum... Was war das jetzt hier? Moment Baumaterialfabrik Das ist jetzt eine separate Strecke Also es ist ein Zug, der fährt nur Steine Zu der Baufabrik Und ein weiterer Zug, der fährt jetzt hier dieses Baumaterial hoch in die Stadt So, des Weiteren habe ich jetzt ein paar mehr Waggons drangehangen Aber das schauen wir uns nachher nochmal an So, ebenso hier drüben Hier hatte ich einen kleinen Fehler Das muss man hier wieder unterlaufen Und zwar hatte ich jetzt hier bei dem Pferdekutschen Hatte ich hier dieses Depot angelegt Im Industriegebiet Das war natürlich falsch Weil die Nahrung muss hier in das Gewerbegebiet Hier wird... Oder die Lebensmittel hier werden diese benötigt Deshalb hier noch ein weiteres Depot Wo jetzt die Kutschen hinfahren So, und was mir dann auch aufgefallen ist Ich habe ja hier einen Zug Jetzt muss ich das mal laufen lassen Der ist vollständig überfordert Also den müssen wir jetzt unbedingt ersetzen Der... Ich weiß nicht Hier muss irgendwo eine Steigung sein Der... Der kommt überhaupt nicht mehr auf Toren Werden hängt zu viel Hänger dran oder... Ich weiß es nicht Wir können hier mal kurz hier verfolgen Dann seht ihr schon, was ich meine So, wir haben jetzt 16 kmh drauf Haben jetzt vielleicht ein bisschen viele Waggons dran So viel sind es jetzt auch nicht Neun Stück an der Zahl Aber wir sehen, das geht überhaupt nicht Der fährt jetzt 18 kmh Der ist ja langsamer wie eine Pferdekutsche Und deshalb werden wir den jetzt mal ins Depot schicken Und den gegen einen anderen austauschen 14, 13 kmh haben Wir sehen, der quält sich hier lang hinten Also ich glaube, der hat jetzt auch ausgedient Wir haben jetzt das Jahr 1870 Wir hatten bereits einen neuen Zug bekommen Und den werden wir jetzt auch mal einsetzen Das heißt, ab mit dir ins Depot Da freut er sich, da gibt er Gas Ja, das ist aber auch eine Strecke Was der hier zurückzulegen hat Da werde ich jetzt gleich nochmal schauen Wie sieht es hier aus Genau, wir haben hier total Überschuss An, was ist denn das überhaupt Getreide und Vieh Der Zug Zuerst langsam Zu wenig Waggons Hier können wir viel mehr Profite rausholen Aber Moment Ne, 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 ne Warte mal du Wie schicke ich den jetzt da hin Jetzt fährt er nämlich gerade ins Depot Und ich sehe hier, mein Konto Ist fast ins Minus gegangen So, wir halten den mal an Jetzt versuche ich den doch mal zum Abladen zu schicken Du wegst ins Depot Na okay, komm Fahr mal rein Vielleicht reicht's So, wir sehen Ach, der ist ja günstig 220.000 kostet der Zug nur Das ist jetzt unser aktueller Zug D1-3 Lebensdauer 30 Jahre Und Höchstgeschwindigkeit 40 kmh Ach, hier haben wir es ja Zugkraft 15 Kilo Newton Ja, der fährt auch nicht viel schneller 45 kmh Hat ein paar Ein bisschen mehr Zugkraft Naja Jedes bisschen Macht was aus Die kaufen uns jetzt Dann kaufen wir uns noch zwei Waggons Haben wir jetzt den offenen hier Für Getreide So, und Genau Den hier für Vieh Die Zusammenstellung ist jetzt ein bisschen arg Ein bisschen arg durcheinander Das muss ich mal Wir machen das mal neu So So, jetzt habe ich auch noch alles verkauft Mann, oh Mann Zug kaufen Pass auf, jetzt fangen wir einfach noch mal neu an Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet Dass wenn man auf das X klickt Dass das verkauft wird Mann, oh Mann So, da kaufen wir jetzt Zwei, drei, vier, fünf Und hier diese Viehtransporter Auch nochmal fünf Jetzt haben wir einen besseren Zug Und ein Waggon mehr Würde ich jetzt meinen Dann schicken wir den mal los Das dumme an der Sache Jetzt habe ich das alles aus Versehen verkauft Jetzt war der Waggon Natürlich Oder die Waggons Natürlich Richtig schön beladen Jetzt ist alles Mit weg Ist jetzt ein bisschen ärgerlich Aber wie gesagt Aus Fehlern lernt man So was passiert man nicht wieder Und so was muss erst mal passieren Dass man überhaupt Den Lerneffekt hat Ich muss auch mal die Routen ein bisschen verbinden Ich habe jetzt nämlich Lange suchen Oder überlegen müssen Welche Route wozu gehört Oder Linie So das ist diese Linie zwei Linie zwei Nenne ich mal Das transportierende Lebensmittel Nee Ja doch Ja Nenne ich mal Lebensmittel Moment Nee Nenne ich einfach mal Zum Bauernwurf So Linie fünf Die gibt es glatt noch nicht Marke die gelöscht werden Was haben wir noch Linie vier Steibe So nennt man die jetzt auch Linie vier Steibe So nennt man die jetzt auch Linie vier Und dann transportiert die Lebensmittel Genau das sind diese Pferdekutschen Lebensmittel straße Bleibt doch Linie eins Das war Baubatterjahr Baubatterjahr Oder Okay so Dann hätten wir das schon mal geklärt Jetzt Verdammt langer Weg Wieso mich würde jetzt aber mal interessieren Ob der Zug jetzt wieder Plus 17-18 kmh fährt Wenn der jetzt voll beladen Vom Bauernhof zurückfährt Also da gibt es schon mal ordentlich Gas 25 kmh fährt 24 Gut Da würde ich sagen Wir können sagen Ungefähr Der ist jetzt 50% Schneller unterwegs Das passt So das passt Dann müssen wir jetzt hier noch Diese Pferdekutschen Die schaffen das auch nicht Die werde ich später mal noch ein bisschen auf Zugstrecke Umstellen Aber da muss ich erstmal ein bisschen mehr Profit machen Nicht genug Geld Okay So und dann schauen wir uns das hier nochmal an Der bringt hier Steine Und der holt viel mehr Steine Ja hier scheint das Gelände viel besser zu sein Wie ihr seht 10, 11, 12 Waggons dran Dann düst ich hier ohne Probleme lang hin So da holt es schon unsere Steine Die Lanz ist bereits wieder positiv gerutscht Kurz eben zu Bauernhof Jetzt seht es schon Ja da war es schon mal abladen Okay Jetzt rast er zurück Die wilde Hilde Ja ich denke mal Jetzt haben wir hier alles grün Jetzt geht es bergauf Ich denke mal der Bankrott sollte Geschichte sein Können wir mal gucken Ob wir nicht noch irgendwo was hier ein bisschen Erweitern können Beobachten wir mal Vielleicht den Zug hier Der hier Baumaterial fährt Das lagert sich ja auch wie verrückt Vielleicht können wir hier noch ein bisschen was ankoppeln Die Die Das ist Der Na Ich 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 We Ich 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 ja das sieht recht gut aus der macht hier 35 kmh der kommt vielleicht sogar auf höchste geschwindigkeit 42 kmh also das sieht doch gut aus aber ich würde vielleicht jetzt doch keinen waggon mehr dran machen jetzt ist er auf 45 kmh und ein waggon mehr ist vielleicht der ganze zug langsam und das bringt es dann auch nicht da warten wir einfach mal was die neuen züge was es für neue züge dann freizuschalten gibt 87 prozent ist das jetzt gedeckt mit baumaterial da können wir gar nicht mehr sehr viel mehr transportieren und hier wie sieht es dann hier mit den lebensmitteln aus 27 also hier muss noch einiges einiges mehr hin pass auf da da müssen wir noch mehr kutschen oder bringt das überhaupt was fünf straßenfahrzeuge nach 3000 das ist das ist nix was sie einbringen hier muss eine zugverbindung her die barma jetzt so diesmal aufpassen dass ich hier kargo sag schon bahn hof baue ach so jetzt hätte ich das fast dahin gebaut wir müssen ja von hier aus denken ja so richtig passt wird das jetzt nicht am liebsten würde ich den jetzt hier unten bauen müsste ich aber jetzt das hier alles wegreißen ach komm das kommt jetzt weg das brauchen wir dann auch nicht mehr so die fuhrparks die tun wir nachher noch löschen und jetzt bauen wir neuen bahnhof so jetzt müssen wir hinten das gewerbe gebiet hier irgendwie bedienen das heißt am besten erstmal hier diese straße weg naja bis richtig in die stadt kommen wir nicht rein aber so geht das schon jetzt tun wir das mal schön verbinden so 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 das sieht doch gut aus jetzt habe ich unser zugdepot jetzt muss ich irgendwie noch den zug da rüber bekommen jetzt gleise baue ich glaube das wird nichts oder ich kann mal schauen ob das irgendwie funktioniert jetzt sage von hier ein gleis das ist doch was geworden jetzt oder hier hier weiche hier rüber und ja ok kostet uns 40.000 ja dann hätten wir das schon mal erstellt dann können wir jetzt noch einen zug kaufen was wollen wir denn überhaupt transportieren ich glaube das war ein lebensmittel hieß das war produkte genau lebensmittel so kaufen wir hier Zug und noch ein paar Waggons drei stück schon das geld alle aber hier kommt bares angewetzt da geht man kurz Gas ich wollte eigentlich fünf Waggons wollte ich dranhängen so Zug vier neue Linie so Linie neu von hier nach hier hier so und da fährt er schon los da können wir ruhig sagen der soll erst fahren wenn alles voll geladen ist so hier steht er zwölf von zwölf geladen man sollte da eigentlich losfahren Linien hält zu wenig Haltestellen nach Straße ok so 20 von 20 jetzt macht er los mit den lebensmitteln 12 ab 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 Das war's für heute. Ach, jetzt haben wir einen neuen Zug bekommen. Gerade, wo ich mir den gekauft habe. Aber trotzdem sehr schön. Da können wir dann unter nächsten Folge mal ein paar Züge austauschen. Ich glaube, unten läuft ja noch der alte. Steine und Baumateriallager. Oder Fabrik. So, hier das Straßenfahrzeug, das muss erstmal jetzt weg. Die müssen wir alle verkaufen. So, die machen los. Alle ins Depot. So, Linie 1 nenne ich mal Lebensmittelstadt. So, da kommen die letzten zwei Pferde-Fuhrwerke. Und weg sind sie. So, alles klar. Dann werde ich jetzt die Folge beenden. Wir haben eine neue Zugschiene. Wir haben positive Bilanz. Moment, wo müssen wir denn klicken? Hier. Alle Linien machen Profit. So soll das sein. Und ich sag mal, dann sehen wir uns hoffentlich dann das nächste Mal wieder. Bis dahin. 今回 wir ja mal frei. Das sind haltemin. Und we dann da vier bis bis Madem. Bis ja genau hier. Wir seconden. Bis zum nächsten Mal.